Herzlich Willkommen, Julia Furdea. Ich bin Julia Furdea. Herzlich Willkommen, Julia Furdea. Herzlich Willkommen, Julia Furdea. Hi, ich bin Julia Furdea. Aber Estee Lauder hat diese Kampagne fortgeführt. Heute sind mehr als 70 Länder für diese Kampagne dabei. Es gibt einen berühmten Satz und der fasst das alles zusammen. Diamonds are a girl's best friend. Wie es der liebe Emanuel so wollte, gibt es nochmal ein Frühstück? Ja, hier ist das Publikum gefragt. In diesen 10 Minuten darf das Publikum, muss und soll das Publikum mittanzen, damit die Spendensumme so hoch wie möglich wird. Na gut, jetzt kommen wir zu unserem Sieger des heutigen Tages. So, you've been 2018 at the Opera Ball. Last year you've been at the Live Ball. What are your new projects, what you're doing right now? Eigentlich wollte es ja nicht auf die Bühne, jetzt habe ich dich überredet. Da will ich noch ein bisschen reden können. Was war denn der Lieblingstanz? Also nächste Woche Voten für Fadi Merz, oder? So, you've been in this show business now for 33 years and I don't know how you do it, because you look like 34. Oh my god, thank you. So, you've been in movies like The Dive War, Australia, Moulin Rouge. What is your new project? Riesenrespekt für alle, die das hier organisiert haben. Genauso an euch beide, möchte ich sagen. Ein bisschen kenne mich aus beim Moderieren. Ihr habt das fantastisch gemacht. Danke vielmals. Dankeschön. Danke, Dieter Quäler. Danke an unsere Stars. Danke. Danke, Dieter QuIND 감사합니다